Osiris, vor mir. Sind alle bereit? Ehrlich gesagt, Tanaka, ich würde dich gerne noch um einen Gefallen bitten. Sagst du ein paar nette Worte? Wir haben es weit gebracht, aber der Weg ist noch lang. Springen wir ab, wie wir es gelernt haben, und treten wir in ein paar Ärsche. 90 Sekunden bis zum Absetzpunkt. Und sobald wir zurück sind, geht die erste Runde auf Bach. Wenn wir das hier überleben, kaufe ich die ganze verdammte Kneipe. Feuer, Temosiris. Grünes Licht. Die erste Luftabwehrstellung. Vorwärts, zerstört sie. Alles sauber. Macht die Luftabwehr unschädlich. Zielt auf das Bischofelz oder die Energieversorgung. Spartans, der Wächter befindet sich am anderen Ende der Stadt. In dieser Richtung haben wir mehrere Luftabwehrstellungen entdeckt. Wir kümmern uns auf den Weg um die Luftabwehr. Viel Erfolg. Schönen Augenbieter. Schwerter von Segen Helios. Heute wird zu Nion fallen. Und mit ihm die Allianz. Zu mir, Brüder. Na gut, Spartans. Ist noch ein langer Weg zum Wächter. Also los. Die machen sich bereit zum Anstürmen. Feinde kommen durch die Tür. Die werden vom Durchgang aus geschossen. Woher wissen wir denn, ob Dr. Horseys Plan wirklich funktioniert hat? Wenn der Wächter sich bewegt. Wir müssen nur nah genug dran sein, um an Bord springen zu können. Schwerter von Segen Helios. Meldung von allen Schiffen. Herr Bob, bereit. Unsort, bereit. Evolution, bereit. Sichtkontakt zur Flachstellung. Schaltet sie aus. Verschaffen wir dem Gebieter etwas. Alle Schiffe, Feuer auf die Allianz. Luftanheiten konzentrieren. Schicken wir sie in ein feuchtes Grab. Die Flotte des Gebieters trifft ein. Zerstört die Flach, damit sie eine Chance haben. Energiekern zerstört. Spatenblock, ein Schwerter von Segen Helios. Luftabwehr ausgeschaltet. Bestätigt, Luftunterstützung unterwegs. Bewegung. Es gibt noch viel zu tun. Ausmehr uns! Schwerter von Segen Helios. Geist die 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 Schwerter von Segen Helios. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Achtung! Allianz Einsatzkapsel! Was ist das? Noch mehr Luftabwehr! Schaltet sie aus! Was ist das? 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 Auf mich! Geschütz zerstört! Schwerter von Sirkilius. Wir haben noch ein Geschütz erledigt. Bestätigt, Spartan! An alle Schiffe, die Spartans haben uns mehr Luftraum geschaffen. Jetzt rein da und macht euch nützlich! Verstärkung an der Tür! Scharfschützen! Schakal ist verbundet! Scharfschützen! Schakal ist verbundet! Glaubt ihr, der Konstrukteur hat es durch dieses Chaos geschafft? Falls nicht, brauchen wir ganz schnell einen neuen Plan. Dr. Horsey sagte, er würde funktionieren. Ich vertraue ihm. Hier sind drei Geschütze. Schaltet sie aus. Wir dürfen unser Taxi nicht verpassen. Eins, oder? Wir dürfen die Abschluss. Wir dürfen das Problem. Sie streiten die Anstrengung. Ich schieße die Anstrengung. Ich brauche den Schiff von mir! Ich brauche den Aufwand! Was ist das? Erledigt die Geschütze. Such nach der Energiequelle oder greift sie direkt an.